Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Lachs werden dort in grosse Netzgehege aufgezogen. Sie haben viel Bewegungsfreiheit und die starke Strömung verhindert, dass sich Parasiten entwickeln können. Mit 10 statt der üblichen 40 kg Fisch pro Kubikmeter Wasser ist die Haltungsdichte gegenüber der konventionellen Zucht deutlich reduziert. Und weil auch weniger intensiv gefüttert wird, wachsen die Fische langsam auf, was sich positiv auf die Qualität auswirkt. Biologisch aufgezogen werden auch die Karpfen von Cobnaturaplan. Sie stammen aus einer Zucht aus Rosenheim in Deutschland und sind bei uns während der Festtage im Sortiment. Die ganze Karpfen gibt es in den Fischabteilungen mit Bedienung. Filetierte Karpfen, sogenannte Amourfilets, dort wo es Frischfisch in Selbstbedienung gibt. Auch Armin Amrain hat den Weg zu uns gefunden. Salut Armin! Salut Susanne! Karpfen isst man in den Wintermännern v.a. in Frankreich, Deutschland und in Österreich. Bei uns ist der Fisch weniger beliebt und bekannt. Richtig! Und zwar zu Unrecht! Grüezi miteinander! Der Karpfen ist nämlich ein Süsswasserfisch mit einem sehr schmackhaften Fleisch und ist in den Ländern, in denen du gerade erwähnt hast, als traditionelles Festtagsgericht kaum ein Weg zu denken. Den Karpfen kann man vielseitig zubereiten, z.B. backen oder in einer Sauboschieren. Ich würde ihn in einer Knusperbanate braten, den Fisch mit Salz und Pfeffer würzen, in den Mehl wenden und durch ein Verquirls einziehen. Jetzt in einer Banate aus geröschten Baumnüssen, zerdrückten Kornflecks und durch Aprikosen wälzen und gut andrücken. Die Karpfenfilet in Brotbutter goldbraun braten, auf Küchenpapier abtropfen und z.B. auf einem Herdtöffel Traubenragout servieren. Danke, Armin. Danke schön, Susanne. Gestopfte Gänse- und Entenleberen, ein kulinarischer Höhepunkt und Leckerbissen, lehnen viele Konsumenten aus ethischen Gründen und wegen dem Tierschutz ab. Gop hat darum entschieden, nur noch ungestopfte Gänse- und Entenleberen zu verkaufen. In unserem Festtagsortiment finden Sie Gänse- und Entenleberen, Gänseleberen Parfait, Gänseleberen Delis und weitere Spezialitäten in garantiert ungestopfter Qualität. Auf solche Köstlichkeiten muss man darum in Zukunft nicht mehr verzichten und kann mit gutem Gewissen geniessen. Wer es lieber ein wenig bodenständiger, aber nicht weniger genussvoll hat, kann jetzt von unserer grossen Salami-Aktion profitieren. Bei der Bell AG kennt man die Kunst der Salami-Herstellung nach Original-Mailänder-Rezept aus magerem Schweinefleisch, kernigem Speck, Salz und verschiedenen Gewürzen seit mehr als 100 Jahren. Während der ersten beiden Wochen trocknet der Salami in der Reifenkammer langsam ab. Weitere neun Wochen braucht er, sorgsam überwacht, zum Aroma entwickeln. Erst nach rund drei Monaten gibt die Qualitätssicherung von Bell, grünes Licht und dem Zubereiten von traumhaften Schargüttereien und Abbrotplatten stehen nichts mehr im Weg. Alle Salami gibt es bei uns jetzt, wie erwähnt, zum Aktionspreis mit 25% Rabatt. Soviel für heute aus dem Go-Personal-Restaurant. In einer Woche haben wir für Sie weitere Tipps und Ideen für das Festtagsmenü bereit. Zuerst kommt aber noch der... Au, au, au! Ein Geschenk! Danke vielmals. Getschenla, schönen Abend miteinander. Puh!